Reingehört, ein Podcast der VRM. Duschen sind defekt, Reinigungen bleiben aus und trotzdem steigen die Mietkosten. Es gibt mal wieder Ärger um ein Haus der Vonovia. Was ist vor Ort genau los und wie reagiert die Vonovia dieses Mal auf die Vorwürfe? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Vanessa Felix-Aroja und bei mir zu Gast ist Lena Kapp, Lokalredakteurin in Mainz. Du hast ja erneut über einen Fall berichtet, in dem sich eine Mieterin an die Redaktion gewandt hat. Sie hat von den zahlreichen Missständen in dem Haus erzählt, dass von der Vonovia vermietet wird. Und auch davon, wie schwer es ist, Hilfe von der Vonovia zu bekommen, geschweige denn überhaupt, sie mal zu erreichen. Das ist ja leider auch nichts Neues, was die Vonovia angeht. Aber was ist denn da gerade in dem Vonovia-Haus in der Neustadt los? Genau, das Vonovia-Haus in der Neustadt, das befindet sich in der Hindenburgstraße und es handelt sich da um einen Häuserkomplex. Generell ist es so, dass vor rund zwei Jahren die Vonovia die Deutsche Wohnen übernommen hat. Und in diesem Zuge auch Dienstleister, die sich um das Haus praktisch kümmern, bedeutet Außenpflege, Treppenhausreinigung, generell Anliegen der Mieterinnen und Mieter, die ganzen Dienstleister eben mit dieser Übernahme wohl entlassen hat. So hat es mir die Mieterin geschildert. Und seitdem sind da die Zustände halt nicht mehr so zufriedenstellend und befriedigend, wie das davor war. Genau, also wir sprechen hier von ausgebliebenen Treppenhausreinigungen. Wir sprechen davon, dass in der Wohnung der Mieterin und ihres Partners eben eine Duschkabine seit vergangenem Jahr defekt ist und sich darum nicht wirklich gekümmert wird, beziehungsweise da eine Terminfindung zur Reparatur extrem schwierig ist. Ja, und das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Mieterin berichtet hat, dass die Vonovia sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Und ja, man die Anliegenheit praktisch nicht an eine feste Ansprechperson richten kann, sondern ja, da zentral eben alles über so eine Hotline läuft und man da praktisch immer wieder vertröstet wird. Aber sie hat gleichzeitig auch davon berichtet, dass aber die Kosten weiter gestiegen sind, richtig? Genau, das kommt eben auch noch dazu. Also Betriebskosten sind extrem angestiegen, die Miete wurde erhöht. Ja, und da hätte sie einfach gerne von der Vonovia eine Erklärung gehabt. Vonovia sagt, ja, also insgesamt können Mieterinnen und Mieter solche Rechnungen und so weiter eben einsehen. Ja, aber zurzeit ist es eben so, dass die Mieterin nicht ganz nachvollziehen kann, warum da, also beziehungsweise eher so, dass man sagt, okay, hier sind Leistungen ausgeblieben, warum zahlt man dann mehr? In deinem Artikel hast du ja auch davon erzählt, dass die Mieterin von einem zentralen Wasserzieher berichtet hat. Was hat es damit auf sich? Ja, in diesem Häuserkomplex ist es eben so, dass nicht jede Wohnung über einen eigenen Wasserzähler verfügt. Bedeutet, das wird zentral gesammelt und dann ergeben sich daraus diese Wasserkosten. Bedeutet, wenn unten eine alleinstehende Person lebt und vielleicht nur ganz wenig verbraucht, aber zwei Stockwerke oben drüber, eine Vierer-WG, dann ist das natürlich unausgeglichen. So, aber diese ganze Rechnung oder beziehungsweise das, was sich dann als Summe ergibt, wird unter allen aufgeteilt. Und das ist halt ziemlich unfair und auch das bemängelt die Mieterin. Da hat Bonovia jetzt aber gesagt, genau, diese Zähler werde man jetzt prüfen. Wie hat sich denn die Mieterin überhaupt an euch gewandt? Also wie ist der Fall zu dir gelangt? Ja, sie hat das tatsächlich über einen Leserbrief gemacht, ist über ein Kontaktformular bei uns gelandet. Also hat sich gar nicht direkt an die Redaktion eben gewandt, sondern hat diese Möglichkeit genutzt und so ist der Fall dann bei mir gelandet, genau. Es ist ja jetzt auch nicht der erste Fall, in dem Bonovia ihre Mieter im Stich lässt. Du hattest ja auch schon mal über einen Fall in Weisendau, also in Mainz-Weisendau berichtet. Es gibt aber auch noch etliche Fälle aus anderen Städten, Wiesbaden, Bad Kreuznach, auch in Darmstadt. Damals hast du ja auch mit meiner Kollegin Johanna in dem Podcast über den Fall in Weisendau gesprochen. Den verlinke ich euch übrigens auch mal unten. Wie ging es hier denn überhaupt weiter? Der Weisendau-Fall ist eine ziemlich große Kiste. Vielleicht ganz kurz noch zur Einordnung. Da sah es ja zunächst so aus, als ob die Mieterinnen und Mieter dieses großen Komplexes in Weisendau alle draußen duschen müssen, weil da Rohre neu verlegt werden, beziehungsweise da eben was an den Duschen insgesamt gemacht wird aufgrund eines legionellen Befalls. Das ist auch erstmal in Ordnung. Dann sah es aber kurzfristig so aus, als ob die Mieterinnen und Mieter eben den ganzen kalten Winter vielleicht jetzt draußen duschen müssen und so weiter und so fort. Zurzeit ist es so, also mit den Arbeiten hat es da immer noch nicht richtig, also die Leute wissen irgendwie immer noch nicht so richtig, wie es da weitergeht. Die Arbeiten haben noch nicht begonnen. Und zurzeit ging es dann ja auch wirklich mit Anwälten hin und her. Die Mieterinnen und Mieter haben sich zusammengetan, haben da jemanden eben engagiert, der ihre Interessen vertritt und so weiter. Also diese ganze Kiste ist noch nicht fertig und da wird es wahrscheinlich dann auch noch weitergehen, ja. Ja, Stichwort Anwälte. Welche Rechte haben denn Mieter dieser Immobilien? Also was ist denn überhaupt der erste Schritt, den man da macht, wenn man betroffen ist? Also die Mieterin, mit der ich jetzt zu tun hatte, hatte sich ja eben mehrfach an die Volnovia halt gewandt, hat da versucht eben Informationen zu bekommen etc. Eine gute Adresse und das hat sie mir auch gesagt, was sie jetzt eben auch in Anspruch nimmt, ist der Mieterschutzbund oder Mieterschutzverein, je nachdem. Und da gibt es dann halt eben Auskunft, kostenlose Beratung und so weiter. Und dann als nächstes kann man sich natürlich überlegen, wenn das alles rechtlich, alles nicht konform ist, dass man wirklich einen Anwalt einschaltet. Ja, das sind so die Schritte. Jetzt wollen wir ja in dem Podcast auch immer so ein bisschen auf die journalistischen Hintergründe eingehen. Und das jetzt berichtet, die Mieterin in diesem Fall, also in dem Neustadthaus, hat sich über einen Leserbrief gemeldet. Wie ist das denn allgemein? Die sind ja auch noch weitere Fälle bekannt. Bekommt ihr viele Zuschriften oder wie wenden sich da die Mieter an euch? Naja, also du hattest das ja eben auch schon richtig gesagt. Also Fälle, wo es Probleme gibt, insbesondere mit der Volnovia, gibt es ja etliche. Und natürlich erhält man immer mal wieder Zuschriften und man guckt dann einfach, wie geht man damit um? Kann man darüber berichten? Man tritt dann eben in Kontakt mit den entsprechenden Mietern und Mieterinnen. Und ja, sowas bleibt halt nicht aus, weil man einfach weiß, die Volnovia, da gibt es eben ganz, ganz häufig Probleme. Das ist absolut nichts Neues. Das ist auch was, was übrigens nicht nur unsere Region betrifft, sondern sich über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und ja, da ist es dann eben wichtig, sich jeden Fall anzuschauen und zu sagen, okay, wo ist der Mehrwert vielleicht dann einfach auch darüber zu berichten? Vielleicht auch Missstände aufzudecken, Mieterinnen und Mietern, vielleicht auch durch eine Berichterstattung ein Stück weit zu helfen. Und da muss man schon überlegen, was hat das aber auch für einen Mehrwert, vielleicht für die Leserinnen und Leser, dann über die Fälle zu berichten. Wie ist es denn für dich persönlich? Also natürlich könnt ihr gar nicht alle Fälle behandeln. Ist es dann manchmal schwer, den Personen auch einfach abzusagen und zu sagen, nein, wir können jetzt leider nicht noch einen weiteren Fall berichten? Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich noch nie jemanden glücklicherweise absagen musste. Einfach vielleicht auch, weil ich mit diesem Fall von vergangenem Herbst, also beziehungsweise Spätsommer im September hatte, hatten sich dann ja Leute bei uns gemeldet in Weisenau. Das war ja ein ziemlich brisanter Fall. Da musste ich nicht absagen. Grundsätzlich ist das jetzt auch erst der zweite Fall, der konkret bei mir halt gelandet ist. Insgesamt muss man da aber natürlich auch, man muss so ein bisschen natürlich auch dann aussortieren. Das ist das, was ich eben meinte, wo ist da vielleicht auch einfach der Mehrwert. Man kann übrigens auch nicht über jeden rechtlichen Schritt, der gerade im Gange ist, wie gesagt, in Weisenau läuft das ja alles noch, kann man jetzt auch nicht detailliert berichten, weil irgendwann muss man einfach auch sagen, so, wir haben jetzt das alles umrissen, wir haben den Sachverhalt erklärt und dann irgendwann muss man dann erst, wenn sich zum Beispiel jetzt wieder was tun würde und so weiter, dann geht man wieder rein. Da ist es manchmal ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, okay, hey, an der Stelle können wir jetzt vielleicht auch gar nicht weiterberichten und dann eben den betroffenen Personen zu erklären, aus Gründen XYZ greifen wir das jetzt nicht auf, aber vielen Dank für unseren Hintergrund, das ist trotzdem wichtig, das zu wissen. Ja, man muss quasi abwarten und da also wahrscheinlich so mit viel Fingerspitzengefühl auch umgehen, gerade bei Betroffenen. Genau und vielleicht ist das auch wichtig an der Stelle, da spricht man sich tatsächlich auch im Kollegium dann einfach ab, holt sich andere Meinungen ein und sagt, hey, was meint ihr denn dazu, sollten wir das jetzt aufgreifen? Genau, mein Kollege Torben Oberhag ist dann ja mit mir zusammen in diese Berichterstattung konkret jetzt zu Weisenau eben mit reingegangen und da haben wir uns auch ganz, ganz viel abgesprochen, dann mit unserer Redaktionsleitung und so weiter. Also und das war jetzt auch in dem Fall, dann sprechen wir schon darüber, wie greifen wir das auf, sollten wir das anders machen, wo platzieren wir den Text und so weiter. Und so, wie ist es für dich, wenn du dann, ich sag mal, wieder zurück in die Redaktion kommst oder vielleicht am Ende des Tages zurück nach Hause, wo du eben solche Missstände nicht hast? Das ist ja schon auch sehr bewegend, oder? Ja, das ist natürlich bewegend. Also wenn Menschen sich an uns wenden, dann sind sie in einem Groß, also zum Großteil einfach auch verzweifelt und sagen, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll, deswegen wende ich mich jetzt an die Presse. Da denkt man natürlich drüber nach. Natürlich nimmt man sowas auch mit nach Hause, wenn man dann, wie du es gerade gesagt hast, wenn bei einem zu Hause eben alles in Ordnung ist und man sich denkt, was weiß ich, da gibt es jetzt irgendwie extreme Probleme an der und der Stelle. Für mich persönlich ist es halt einfach wichtig, dass ich sage, ich gehe damit so um, dass ich meine Arbeit ordentlich mache, dass ich versuche, ja, nach bestem Wissen und Gewissen die Dinge aufzuschreiben, zu recherchieren und da eben, ja, mein Bestes gebe. Und du hast ja darüber berichtet, dass die Vonovia einfach für die Mieter schwer greifbar ist. Es gibt so eine zentrale Hotline, es gibt keine direkten Ansprechpartner. Wie tritt die Vonovia bei euch gegenüber auf? Also könnt ihr sie gut erreichen? Tatsächlich ja, das muss ich sagen. In beiden Fällen, die ich jetzt betreut habe oder betreue, hatte ich mehrere Pressegespräche. Auf die Anfrage, die ich jetzt rausgeschickt habe, habe ich sehr, sehr schnell eine Rückmeldung bekommen. Hat natürlich dann auch immer was mit Imagepflege zu tun, die die Vonovia betreibt. Das sind ja, und das muss man ja schon sagen, gerade die Presseleute sind da ja schon auch geprieft und sind Profis da auf ihrem Gebiet. Man muss nur so ein bisschen gucken, dass man sich da nichts vom Pferd erzählen lässt. Das muss ich jetzt ja auch mal ganz deutlich sagen. Aber der Austausch lief, war zuverlässig und anders als es bei den Mieterinnen und Mietern war, sind die tatsächlich für uns wesentlich besser greifbar. Jetzt in dem konkreten Fall waren Sie ja auch ein Stück weit einsichtig. Ist das immer der Fall? In dem konkreten Fall war es jetzt so, dass die Vonovia sich noch mal an die Mieterin gewandt hat und jetzt auch die Dusche bald repariert werden sollte. Es gab sogar schon einen Termin. Der ist jetzt allerdings wieder geplatzt aufgrund von einer Sonderentfertigung dieser Dusche. Und da muss jetzt erst Material bestellt werden etc. Insgesamt würde ich sagen, in dem Fall, die haben sich jetzt scheinbar, so haben sie es uns gesagt, ein Bild vor Ort gemacht und haben geguckt, wie ist das mit dem Treppenhaus? Ist das wirklich so schlecht gereinigt? Man muss dazu ja auch mal sagen, vielleicht als kurze Randnotiz, wir wissen alle, wie teuer Wohnen in unserer Region einfach ist. Du bist dann schon auch einigermaßen missmutig, wenn du in irgendwie so ein Umfeld kommst, wo du sagst, ich fühle mich nicht wohl, weil es einfach nicht ordentlich aussieht oder weil das früher mal besser war. Und dass sich da Mieterinnen und Mieter natürlich beschweren, ist irgendwo klar. Und jetzt hat die Vonovia eben dann kontrolliert und geschaut, zumindest haben sie uns das gesagt und sind da mal durchgegangen und haben geschaut, wie ist es denn mit der Reinigung ausgeblieben, sei die Reinigung nicht, aber haben eben zugegeben. Und das ist dann schon eine Form von Einsicht, dass das da halt alles nicht so picobello aussieht. Das hätte besser laufen können, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, liebe Zuhörer, falls ihr Kritik und Anregungen habt, schickt die uns gerne an audio.vrm.de oder kommentiert unsere Postings in Social Media. Jetzt sind das ja nicht die einzigen Fälle, das hattest du ja schon gesagt. Sind dir denn jetzt noch andere Fälle bekannt? Wir hatten ja, ich meine, auch im November einen Fall in Mainz, wo Vonovia wirklich eine Familie mit Kleinkindern im Kalten hat stehen lassen, wortwörtlich, weil die Heizungen ausgefallen sind, Warmwasser. Gibt es jetzt gerade aktuell noch ähnliche Fälle? Also bei uns in Mainz, zumindest das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist mir auch bekannt. Jetzt aktuell, bei uns zumindest, ich kann jetzt nur von der Mainzer Redaktion sprechen, liegt was anderes jetzt bei uns gerade nicht rum. Aber das heißt nicht, dass es keine weiteren Fälle gibt. Das ist auch was. Man kann mit so einer Berichterstattung natürlich auch Aufmerksamkeit generieren. Das bedeutet, dass es durchaus auch passieren kann, dass sich Mieterinnen und Mieter aufgrund so einer Berichterstattung bei uns melden und sagen, oh, bei uns ist hier auch irgendwas nicht in Ordnung. Wie sieht es denn aus? Und dann kann man eben, ja, dann individuell nochmal entscheiden, ob man darüber berichtet. Wie denkst du, wird es jetzt in diesem Fall weitergehen? Wir beobachten das sehr genau und wir werden auch nicht müde, den Finger in die Wunde darzulegen. Wir gucken jetzt, was die Mieterin eben, ja, weiter erzählen wird. Wir werden mit ihr in Kontakt bleiben und wir werden uns einfach anschauen, ob die, ob die Verhältnisse sich da bessern, ja. Ja, ansonsten kann man nochmal an die Vonovia rantreten und nochmal mit denen sprechen und eben schauen, so ändert sich hier was. Weil da sind ja jetzt auch schon bestimmte, da sind ja jetzt schon auch bestimmte Versprechungen einfach platziert worden. Dann bin ich mal gespannt, wie die Vonovia ihre Versprechungen halten wird. Vielleicht hören wir uns ja auch schon in ein paar Monaten wieder mit einem neuen Fall oder aber mit einem Update zu den Fällen. Vielleicht hat sich das ja dann tatsächlich geklärt. Auf jeden Fall werde ich alle zugehörigen Artikel unten in den Shownotes in der Folgenbeschreibung verlinken. Ich sage schon mal danke, danke an dich, Lena, und danke an alle, die reingehört haben. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.